Die unterschiedlichen Ebenen des Glücks wachsen schnell. Wir bevorzugen das Wohl für Glück und möchten den Schmerz eliminieren. Der Schmerz oder die Veränderung soll gar nicht erst vorkommen. Er soll verschwinden aus unserem Leben. Ihn ausschalten zu wollen, kann jedoch nicht nur zum Verlust der Kontrasterfahrung führen, die erst die Erfahrung an der Lust, am Schönen, am Licht erst führer machen, sondern den Schmerz auszuschalten, führt zu einem völligen Verlust der Reaktivung im Leben. Aber die Kaskaden von Glück oder Unglück zeichnen zu beiden Linien, die von einer verblüffenden Logik sind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017